Was geht ab, Dirties? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist mein Hochzeitsvorbereitungsvlog. Ich glaube, so nenne ich ihn. Und ja, morgen ist meine Hochzeit und heute bereite ich mich drauf vor. Ja, das passt auch super. Der Ablauf der Hochzeit wird so sein. Als erstes kommt die enge, enge Familie. Also ich meine, wir machen nur, diese Feier ist nur mit enger Familie, aber die eng-eng-Familie, die kommt schon um 14 Uhr. Dann gibt es so ein kleines türkisches Ritual, was wir machen werden. Und da habe ich mein Brautkleid noch nicht an. Denn um, also um 15 Uhr kommt dann der Rest und um 16 Uhr ist die freie Trauung. Und wenn der Rest kommt um 15 Uhr, werde ich hier in mein Zimmer gehen und mich umziehen und mein Brautkleid anziehen. Und davor darf ich das Kleid halt noch nicht anhaben. Und tatsächlich ist mir heute eingefallen, dass ich gar kein Kleid habe für davor. Aber ich meine, ich heirate erst morgen, also alles gut. Auf jeden Fall wollte ich eigentlich Haare und Make-up selber machen. Make-up wollte ich eigentlich gar nicht machen. Da dachte ich mir so, Digga, scheiß drauf. Aber ich finde, auf Bildern sieht man ohne Make-up immer so leer aus, Digga. Einfach so nach leer. Wisst ihr, und ich möchte natürlich ausdrucksstark sein auf meinen Hochzeitsbildern. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, machst du das? Machst du es selber? Nein, womit denn? Alter, warte mal ganz kurz. Ich habe noch nicht mal Wimperntöche. Und heute habe ich kurz noch mal eine Besprechung beim Friseur. Und ich dachte mir so, Digga, so ein Scheiß... Guck mal, ich will genau so. Dann hinten hier so dutt. Dann hier so eine Glitzer-Flitzer-Spange rein, Brautschleier rein und fertig. Wenn ich das nicht geschissen bekomme, ich werde morgen locker anfangen zu heulen. Und dann dachte ich mir so, nee, das Risiko gehe ich nicht ein. Und habe dann gestern spontan noch einen Friseurtermin bekommen. Ja, wofür ich sehr dankbar bin. Und das werde ich auch dankend annehmen und da hingehen. Ich brauche auch noch einen DNA4-Bilderrahmen, weil guckt mal, was ich bestellt habe. Wenn eine Person verstorben ist, dann kann man sowas wie einen Ehrenplatz machen. Und dafür habe ich ein Bild von Papa ausdrucken lassen. Das soll dann morgen so auf einem Stuhl stehen. Und genau, dafür brauche ich auf jeden Fall noch einen Bilderrahmen. Den muss ich heute auch besorgen, weil, wie gesagt, morgen heirate ich. Wir schauen jetzt mal, was Mama macht. Mama ist hier schon fleißig am Backen. Ja, hallo. Das wird die spektakuläre Dola, ne? Melamäßig. Zweimal Tiramisu. Ja. Also ich bin... Ja, du bist dabei. Du bist mittendrin. Für meine Tochter tue ich alles. Garten wird auf jeden Fall langsam hochzeitstauglich. Hier stehen schon die ersten Gastgeschenke. Das müssen wir alles noch machen. Das Team von Nadine kommt morgen früh um 8 zum Aufbau. Und dann werdet ihr diesen Garten nicht mehr wiedererkennen. Mama hat irgendwelche, irgendeine Mission gehabt mit diesen Bambusstäben. Seht ihr die? Die hat sie da noch reingehauen. Keine Ahnung, was sie vorhat. Irgendwie Stadionlicht. Ich weiß es nicht. Lassen wir uns morgen überraschen. Schuh, komm mal her. Baby. Dann muss ich auf jeden Fall heute Abend noch zu meinem Bruder. Weil Papa ja nicht mehr da ist, bringt er mich zur Trauung, zum Altar. Also Altar ist ja nicht da. Ich meine, wir machen es im Garten. Er bringt mich zum... Er bringt mich irgendwo nach vorne halt hin. Und auf jeden Fall habe ich ihm das einfach so über WhatsApp geschrieben. Ich meinte so, ja, du bringst mich da nach vorne. Und er so, ja, total gerne. Und hat sich halt übertrieben gefreut, ne? Weil das eigentlich voll was Schönes, was Emotionales ist. Und Mireille hat mich dann angekackt und meinte so, alter ja, Lulu, du kannst ihn doch nicht einfach so das über WhatsApp sagen, ne? Mach daraus ein Ding. Oder ich so, okay, dann mach ich nochmal daraus ein Ding. Ich bestelle nochmal sowas und ich fand das richtig schön. Das konnte man so personalisieren mit Bildern. Dann nochmal so eine Karte. Da werde ich gleich noch was draufschreiben. Und hier nochmal so eine Tasse mit so einer Fliege. Und das bring ich ihm heute Abend noch. Mireille und ich sind jetzt auf dem Weg ins Einkaufszentrum. Wir haben genau noch eine Stunde. Und wir brauchen noch einiges, ne? Mireille, du hast für morgen noch keine Schmuck. Und du, aber ich lauf barfuß rum. Das ist ja kein Problem. Hauptsache, du siehst gut aus. Das Schmuckbräuer und Ohrringe. Ja. Und wenn wir das erledigt haben, fahren wir zu Rico und dann frage ich ihn nochmal, ob er mich halt zum Altar führen will morgen. Noich? 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 Hoffentlich sagt er ja, ne? Weil es ist ein bisschen kurzfristig. Noich? 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 Er kommt. Ja? Okay. Wir sind jetzt gerade bei Rico in die Bude geschlichen. Jetzt habe ich das hier so aufgestellt. Und gleich kommt er. Und ja, mal gucken. Oh, oh. Leute, ich muss noch meine Kampfer angerinstellen. Mach mal die Veranda zu. Scheiße, ich weiß nicht, wo ich das hinstellen soll, Leute. Aber so, nee, so sieht man sein Gesicht nicht. Michael, du filmst einfach, Digga. Was laber ich? Achso. Ja, natürlich. Sehr gerne. Ja. Drei, zwei, eins. Wow. So, mittlerweile sind wir wieder zu Hause. Ich habe geduscht. Ich sollte mir nämlich meine Haare schon einen Tag vorher waschen und da richtig schaumfestiger reinhauen. Deswegen sehe ich auch so aus, wie ich aussehe. Nämlich ziemlich wuschig. Ich hoffe, ich kann schlafen. Es ist, wie spät haben wir es? 0 Uhr 8. Also, höchste Eisenbahn. Jodemorgen. Mein Hochzeitstag beginnt. Ich gehe jetzt scheiße im Garten sammeln. Beziehungsweise Sicherheitskontrolle, dass da keiner mehr liegt. Das hat natürlich einen traditionellen Hintergrund. Nicht, dass ihr denkt, ich mache das einfach so. Ähm, das hat man damals gemacht, um, ja, zu zeigen, dass man auch in der Ehe, wenn es mal scheiße läuft, äh, nicht einfach aufgibt. Ihr seid mir gerade fast in die Regentonne gefallen. Ich schwöre es euch. Halleluja. Mama! Mama! Digga, wo ist die Biotonne? Ich kotze gleich. Mama! Mama! Wo ist die Biotonne? Biotonne! 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 Guten Morgen, Mireille. Morgen! Bist du aufgewacht? Äh, bist du aufgeregt? Also, ich sage dir so, die Scheiße ist hier schon am dampfen, ne? Du, ich habe gesagt, ich stelle mir um 8. Wecker. Wenn du hier um 7.30 Uhr auf der Malle stehst und scheiße aufsammeln, das ist nicht mein Problem. Du, du bist doch aufgeregt. Ja, wo soll ich aufgeregt sein? Ich sammle gerade Scheiße in meinem Garten. Mireille, ich finde es toll, wie du hier nochmal das Gäste-WC schrubst, ne? Damit ihr auch jeder einen tollen Toilettengang hat, ne? Ja. Du, ich hatte gerade Pisse, Anna. Ich bin flassig. Du, du, was machst du jetzt? Ich weiß auch nicht. Ich bin ganz ein bisschen aufgeschmissen. Ich weiß noch nicht, wen ich mit mir. Hey, hey. Ich kann sich erstmal ein bisschen Salz an, ne? Ja, ja. Jana hat sich heute... Oh, damit auch jeder weiß, wer du bist. Sehr schön. Team Sandra und Jochen ist am Start. Jetzt geht's los hier. LKW ist schon da. Jetzt kommen die Blumen. 2, 3. Und auf die Plätze. Fertig. Los. Oh. Wuuu. Wuuu. Alter, was sind das für Vasen? Einen größeren. Wir dachten, wir nehmen die kleinsten, die wir haben. Sehr gut. Das ist eine ganze Wiese, die ihr da mitgebracht habt. So, erste Wand steht schon mal. Darf ich bei dir mal mitfahren? Darfst du mitfahren? Ja, ich wollte schon immer hoch hinaus. Willst du selber fahren? Oh, ja. Ja. Was muss ich machen? Erst den und dann den. Ey, cool. Tschüss. Die Mädels sind hier schon fleißig und haben die großen Basen hier hingestellt. Ey, das wird traumhaft. Und die Gäste dürfen das nachher mitnehmen? Jo. Habt ihr keinen Bock bei mitzunehmen? Ne. Okay. Das sieht super aus. Was? Ja, das war's. Weniger ist mehr, sag ich immer. Perfekt. Oh, Nadine und Freya in the house. Also, Stand jetzt, seht ihr gerade noch besser aus. Wirklich? Stand jetzt, seht ihr gerade noch besser aus als ich. Ja, ja. Das liegt im Augenblick. Alles gut? Hallo. Alles gut? Hallo. So, wir gehen hier gerade noch mal die Kleider mit Freya und Nadine durch. Ich bin immer am Essen. Immer am Essen. Nee. Also, wenn sie jetzt gesagt hätte, nee, das geht gar nicht, wäre ich ganz schön auf dem Schlauch. Ja. Ich sitze jetzt schon in der Maske. Anki ist da. Du bist die Erste, die heute in mein Zimmer kommt und wahrscheinlich auch die Letzte. Ja, ja. Vorbereitung gehen hier weiter. Jetzt sind die Stühle schon da. So schwer. Stehtische. Ja, es wird langsam, Leute. Und, guck mal, richtig cool. Ich habe so ein Fotospiegel bekommen. Ey, das Ding, ich sag dir eine Sache, ne, da wird heute jeder vorstehen. Also, ich glaub, das wird mehr Highlight als ich, ey. So, meine Hochzeit geht jetzt los und deswegen übergebe ich jetzt an den Kameramann. Aber jetzt geht's mir anfangen.